Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind im Valhalla DLC, was quasi ein Walk-Like-Modus ist und wir wollen den genauer untersuchen. Mal gucken, was hat es hier dann irgendwie vielleicht auch noch story-technisch in der ganzen Aufsicht. Ich hab keine Ahnung. Mal gucken. Abwarten, Kakao trinken. Weg. Wir haben jetzt zuletzt ein bisschen stärker auch geskillt. Natürlich. Ich meine, ich bin ich. Es ist stärker. Stärke ist meine Stärke. So. Tödliche Flammen. Beim Töten von Gegnern mit einem Flammenpeitschenangriff. Wird eine Brandschunkwälle freigesetzt. Das klingt grundsätzlich ganz gut. Nehmen wir. Haben wir eigentlich auch diesen coolen Speer. Ja, haben wir auch. So, die nächsten bitte. So, jetzt mal ein bisschen mutiger hier ran. Jetzt, wo ich so stärker geskillt habe. Ich meine, das ist ja eigentlich nur Kleinviech. So, ähm, wie sieht das aus? Ach, das ist das? Ja. Nein, wir bleiben bei dem. Ganz klar. Das hatten wir im letzten Versuch auch schon. Hat auch irgendwie funktioniert. Kann auch weiterhin funktionieren. Du magst nicht vergessen. Ganz genau. Ist wichtig. So, nebenbei müssen wir ein bisschen gucken, dass wir vielleicht die ein oder andere Vase zerstören können, weil wir haben auch so eine Nebenkrust auf. Wo wir so eher zu stellen, die Vase. So, der Nebel ist weg. Tatsächlich. Vielleicht öffnet sich Valhalla ein Ding. Da vorne ist so viel zu sehen. Man sieht, wie die Reiche mit den höheren Ebenen verbunden sind. Diese Statuen sind wirklich beeindruckend. Ich erkenne sie. Sie sind Richter der Unterwelt. Aus meiner Heimat. Bojah, mit der Kette. Eine gute und berechtigte Frage, würde ich mal meinen. Lass mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht noch Basen finden und anderes Gedöns und generell. Das kann ich auf jeden Fall öffnen. Das kann der Echo schon sein. Meistersiegel sogar. Ui, das ist toll. Meistersiegel bringen uns ja permanente Upgrades. Die mehr ich da verhaben, umso besser wird es. Den Stein können wir im Moment ignorieren. Wir haben ja noch nicht so viele Echoes. Die hier schon wieder? Die das Heimat! Die heimat... links von dir schon geschweine das ist nun ledig vergehen kiste was wir klingen drastisch die stärke der fähigkeiten wirbelchaos ein ausweich klug ja okay nehmen wir annehmen projektieren abwehr weiß ich nicht sehe ich jetzt nicht so erinnerungen aus mitgard die welten die wir besuchen scheinen keine festgelegte ordnung zu haben definitiv nicht wessen stimme haben wir gehört als uns weil heil vom thron zurückgeholt hat du hast sie auch gehört ja er schuldet dir etwas sagt er vielleicht ist das jemand der uns helfen kann ich nicht er war ein gott griechenlands und wir mochten uns nicht und damit meinst du ich verstehe hier herrscht kein mangel an alten geistern hier meine ich deine erinnerungen ein paar vasen weniger auch überall so viele ich einfach nicht gehen kann obwohl verschlossene kisten dahinter sind irgendwann kriegen wir zwischen dann kommt gerade noch mehr gegner links von dir ich versuchte mir kein schaden zu passieren durch wohl schon total gehen ganz kurz gucken aber hier ist nix eine vase kein gar nix 200 ich es so jedes hat sich gelohnt also dieser thron vorhin hast du erkannt war er dir vertraut es war meiner der thron den ich alles wegnahm ein thron der monster eine manifestation der angst der macht ein symbol über das du nachdenken sollst ein symbol das ich ablehne wodurch sich das thema aber nicht erledigt ein symbol lässt sich nicht töten zerstören oder ignorieren besser ist es zurück zu erobern neu zu definieren zu erkennen nicht der thron zählt sondern der gott darauf stimmt leider ja 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 und machen das noch mal da kommen wir jetzt ja noch nicht irgendwie weiter durch ich kann auf jeden fall irgendwas machen mit kreis ich will es jetzt noch nicht direkt ausprobieren wir gehen stattdessen hier lang das ist erledigt er hat mich getroffen der hat mich auch getroffen ich habe mich alle auf einmal hier befreundet zum glück gesundheitsschein hat mir auch vollgehalten sehr gut natürlich mehr meteor schlag sah das aus ja vielleicht oh ja das hat man glaube ich müssen dann okay na dann war noch andere stücke hat immer weiter zwei kämpfe hintereinander weil halt ich anspruchsvoller immer fürs ruf immer fürs druf so die dinge hast ich ja sowieso das mysterium der sonde du das besiegen von wahlhals auserwählten wenn die aufsteigen einen sonderfall gegner wie diese erwarten so verdienen wir uns unseren weiteren weg wird halt werte halschen hieb aktualisierung werte mehr werte und mehr werte so dann mal durch wir müssten jetzt weiter hinauf können bereit bereit wenn wir dann wieder unser ton oder was bleibt ab zu machen nein ok einfach mal mit dem bosskampf hier auf w 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 Das ist kein falschen. So. Schildschlag bei der Effektiv. Und Finish. Gut. irgendwie feines meister und siegel bei 30 und hier rage wiederherstellung stellt sofort ein ordentlicher von gratis rage wieder her oder mehr stärke stärke ist mehr stärke ganz klar logisch und holen herzlichen glückwunsch alter freund mal halt wirklich ganz schön rum wirst mehr ist das alles was du mir zu sagen hast nach all der zeit hast du nicht mal ein hallo für eins deiner verheißungsvollsten opfer übrig hallo ist mir woher sollte ich das wissen warum suchen wir nicht nach ihm haben wir jetzt helios am arsch wenn ich auf dem trunen sitzen ok muss behäben also was gibt's neues bei dir kratos hast du kürzlich eine neue götterwelt ermordet irgendwelche völker durch die katastrophalen folgen deines handelns ausgelöscht einstige treue verbündete verraten du musst mir unbedingt von der jüngsten saga deiner blutigen rache berichten das bin ich nicht mehr sag jetzt nicht du bist weich geworden das glaube ich niemals einmal spartaner immer spartaner nein mir kannst du nichts vormachen kürtus wie sagt man doch vor einem sonnengott kann man sich nicht in den schatten verstecken das sollte wirklich ein sprichwort sein mit krieg ich hier irgendwo noch drei echos wäre voll toll apropos ähm ziele wie ein elefant im wahlhal wie ein mammut im wahlhal ihr habt ein paar echos echo hallo echo ein echo ist auch keine lösung singen wir ihn durch also das dekor kommt mir langsam recht bekannt vor oder eine mächtige kette wie verheißungsvoll du hattest schon immer so viel glück mit ketten das wird alles großartig für dich na bitte trautes heim glück allein da kommen erinnerungen hoch hier soll ich direkt durch bin irgendwie spontan dagegen weil wir können uns jetzt abwalt holen für unsere chaos deswegen mache ich das mal ganz kurz aber wenn das jetzt hier ein ewiges gelaufen ist das nicht funktioniert da komme ich nicht durch dann halt nicht dann bin ich weiterhin das mammut im wahlhal schau 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 dieser Raum erinnerungen war das nicht die Opferkammer in der du einen athenischen Soldaten hast verbrenn lassen nur um an dem Raum vorbeizukommen ach ja die wilden Tage der Jugend du musst sie wirklich vermissen da ist die Leiche von ihm ja gehen was hast du vor Scara ich will mich etwa Opfern schon wieder aber sogar die alten Gegner Aber an sich sind es die alten Gegner. Du musst mich wohl weiterschieben, wenn das was werden soll. Ja, alles in Ordnung. Oh gut. Du siehst mir in die Augen, während du mich ins Verderben schiebst. Das macht die Sache so viel persönlicher. Zeig mir wirklich, woran ich bin. Besonders, nachdem du dich so lange damit gequält hast, was du tun sollst. Ach, wenn die Leute erfahren, wie wieder will ich du dich in Flammen geopfert hast. Das ist schon überraschend sehr nostalgisch irgendwie, obwohl das für mich ja gar nicht mal so lange her ist. Aber ich habe ja die ganzen God of War-Teile alle in einer Reihe gespielt. Glaubst du, ich habe Angst für etwas Feuer? Das könnte nach hinten losgehen, Kratos. Vielleicht nehme ich seine Macht auf und erreiche meine finale Form. Vielleicht explodiere ich und reiße dich mit. Lassen wir uns überraschen. Das wird toll. Auch wenn nur, dass trotz der ganzen Nostalgie, die plötzlich da irgendwo so eine Höhle ist. Ähm, wo du eine Kiste halt durchschieben musst, bevor halt irgendwie die Stachen hochkommt. Ja, wir haben einfach Klinge. Das göttliche Schwert. Das göttliche Schwert. Wir müssen zwar, jetzt landen. Vermächtnis ist jetzt beim Spartas Rage. Ich könnte dir einen Hinweis geben. Aber ich glaube, du wüsstest das nicht richtig zu schätzen. Äh, ich weiß es bestimmt. Bei einmal würde ich sagen, ihn da durchschieben, ne? Genau. Und dann verbrüßeln wir einfach. Helios Kopf. Gut, im Ernst, Kratos. Hol mich aus diesem Käfig. Nein. Das ist nicht mehr lustig. Ich kann nicht glauben, dass du mich rösten willst, weil du dir einbildest, das Walhall, das von dir erwartet. Ist dir je in den Sinn gekommen, dass deine Instinkte nur willkürliche Gedanken sind, die durch deinen Kopf spucken und nicht zwangsläufig wahr sind? Hä? Denk mal darüber nach. Aber schnell! Ich denke darüber nach, während du auf dem Grill liegst. Du willst mich also echt einfach verbrennen und siehmer staschiert? Ne, er wendet sich davon ab. Du hast dich echt nicht im geringsten verändert. Bruder? Was mache ich hier drin? Mit mir. Mit mir. Was ist das? Nein. Nein! Hol mich hier raus! Bruder! Was ist das? Hilf mir! Ich versuch's ja! Bitte! Bitte! Hab keine Angst! Wir kehren nur zum Tor zurück. Das glaube ich nicht! Ich glaube, du hast Walhall kaputt gemacht! Oh! Ich glaube, das war's, Bruder. Bringen wir euch hier raus! Sie grun! Liebling! Du, du brennst! Ich dürfte gar nicht hier sein! Oh Gott! In der Sol! Wie mehr! Oh nein! Armes Ding! Sieh dich doch nur an. Das hättest du nicht tun sollen. Das heilt, Dummkopf. Nicht so bei dir und Kratos. Aber ihr seid jetzt sicher. Sigrun, es tut mir leid. Ich war so törichtig. Später, Liebling. Lass mich mal kurz. Wir stehen ewig in deiner Schuld. So wie ich in deiner Schuld stehe. Herrin, hör auf. Du hast mir schon den schlimmeren Zustand gesehen. Da will ich mir nicht so sowas. Nichts, was er nicht heilen könnte. Das könnte eine Weile dauern. Na los. Kratos. Geh wieder da rein und tu, was du tun musst. Anscheinend will ja... Bei Heil. Das war ja, gelinde gesagt, zum Fürchten. Eben noch bin ich in einem Wald und dann in einem flammenden Käfig. Du hast dich in Helios verwandelt und wieder zurück. Es war unvorhersehbar. Du sagst es. Die Frage ist, sind wir zu weit gegangen? Oder zu weit gekommen, um aufzuhören? Wir werden nicht aufhören. Ich muss mich dem stellen. Ich weiß, Bruder. Es gibt Dinge, die kann ich annähen und welche, die kann ich nicht. Halt auch in unterschiedlichen Verbesserungsstufen. Wollen wir hier irgendwie, ne? Halbwegs hübsch mal rumlaufen. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ich hab es einfach vergessen. So, das ist jetzt nur der Knopf, den ich abändern kann, ja? Okay. Okay. Ich hab's vergessen, dass man überall halt die, die Griffe halt da ändern kann. Also kleine Nuancen halt einfach nur. Okay. Gut. Wir wollen weiter zum nächsten Versuch. Vielleicht kommen wir halt dann noch mal weiter. Aha. Noch so ein Ort, um mit Valhalla zu handeln. Was genau? Eine Chance, direkt mit Valhalla zu handeln. Hier freigeschalte Verbesserungen sind permanent und wirken sich auf Valhalla selbst aus. Göttliche Triumph. Die wertvollste Ressource im Valhalla. Sie wird für die mächtigsten Verbesserungen an den Ufertafeln verwendet. Und bleibt bei Tod erhalten. Brauche ich die Wappen von verschiedenen Orten. Wir treten sie überhalben mit 100 flüchtigen Echos. Die Chancenmeisterung siegelt aus, zerstörbaren Töpfen zu halten. Das klingt grundsätzlich nicht verkehrt. Aber davon haben wir mehr als von denen. Das sind aktuell Angebote. Leichter Ruheangriff, Verbesserungen. Sehr geringe Chance, leichte Ruheangriffe zu finden, die bereits auf Stufe 2 verbessert. Auch für die Starken äußere Welttafeln. Rückt die Anzahl der Glyphen, die von Tafeln der Anstrengung in den äußeren Welten verkauft werden, auf 2. Also sehr viel auf jeden Fall, was uns helfen kann. Aber wir gehen natürlich immer weiter in Stärke. Mehr Stärke, ist mehr Stärke. Wie viele Stufen gibt es davon? Neun. Brauchen wir auch noch den Göttel in Triumph. Später noch kriegen. Ein Stufe 5 braucht ein Göttel in Triumph. Okay. So, dann... Kritische Gesundheitsregeneration mit Kratos, mit kritisch niedriger Gesundheit aus dem Kampf kommt. Stellt er bis auf 10% sind wieder her. Geht dann bis zu 30. Okay, Gesundheitsplünderer. Kratos stellt 3% seiner Gesundheit wieder her, wenn er legendäre Truhe und Risse plündert. Auferstehungsstein zu Beginn. Auch nicht verkehrt. Bleiben wir erstmal bei einer typischen Gesundheitsverbessung. Alles weitere kommt dann irgendwann. So. Jetzt. Weiter im Text. So, hier konnte ich doch jetzt diese Rage ändern ins Vermächtnis. Eine manifestierte Erinnerung an deine Vergangenheit. Eine gefährliche Erinnerung. Okay. Dann würde ich sagen, hier gehen wir durch in der nächsten Folge. Und God of War Ragnarök. Bis dahin viel Spaß und auch viel Dank fürs Zuschauen. Und bis dennne. Ich bin Peter. Tschüss. Dann wieder. Dann histories. Dannahedri governments.